Herzlich Willkommen zurück zu deiner Let's Play Mechanics. Ja, wir sind die Mechanics. Und ich würde mal gerne gucken, ob wir jetzt schon ein paar Pünktchen haben. Ja, wir haben zwei Pünktchen. Was bedeutet das denn? Prüfe Teile 50% schneller. Demontiere Teile 50% schneller. Montiere Teile 50% schneller. Bewege dich 10% schneller. Erhalte 5% Rabatt im Shop. Also ich finde, erstens, prüfe Teile schneller. Das muss ich nicht unbedingt. Das hätte ich gerne. Und demontiere Teile 50% schneller. Und montiere Teile 50% schneller. Dankeschön. Die beiden hätte ich auf jeden Fall gerne. So, da haben wir doch schon mal unsere ersten Pünktchen. Dann würde ich sagen, Telefon must. Es ist schwer, das Fahrzeug zu steuern. Ersatzteile. Okay. Prüfe den Filter des Fahrzeuges und tausche sie aus. Fahrzeugsersatzteile 88%. Wechsel das Öl und den Ölfilter aus. Okay. Ein Problem mit dem Bremsen. Er wartet am längsten. Auftrag annehmen. Okay. Rauf auf die Bühne. So, Liste. Ölfilter, Kraftstofffilter, Luftfilter. Jetzt werde ich was ausprobieren. Wenn du jetzt eigentlich den Ölfilter losstaubst, jetzt ohne Scheiß, müsste man eine riesen Schweinerei haben. Mal so zu entfangen. Nein. Okay. Also braucht man keinen Ölwechsel machen. Was haben wir denn hier für einen Ölfilter? R4. Ölfilter, R4. Ersatzteile. Ölfilter, R4. Dankeschön. Dankeschön. Herunterlassen. Dann nichts von... Wechsel das Öl und den Ölfilter. Alles klar, ich sag gar nichts. Nein. Ah ja. So. Ablaufen. Haben wir. Zurück. Dankeschön. Warte das Loch da sofort wieder zu. Komm. Luffilter, der verschraubt ist. Okay. Okay. okay einmal luftfilter 14b und kraftstofffilter standard luftfilter luft rb 14 kraftstoff kraftstofffilter kraft da draufklicken rechte maustaste montage kraft auf das zeiten und 9 er hat sie doch wie ein uhrwerk hier auch den neuen schon sehr schön und so ein klicken oder deckel rein ok fertig normalerweise alles abgehackt Liste auftrag beenden alles klar das ging mal fix also muss ich euch jetzt mal ganz ehrlich sagen das ging gerade mega fix was haben wir denn hier 57 sekunden noch problem mit den bremsen die sieht super aus die sieht super aus vorne links und vorne ja nur die hinteren die hintere und die vordere bei die hintere fahrer seite und die vordere beifahrer seite hier würde ich nämlich sagen das ding das war's eigentlich wir mal gucken was wir neu brauchen also das haben wir gerade nicht gemacht das haben wir auch gerade nicht gemacht das haben wir auf jeden fall gemacht das sind meine updates also ich brauche einmal einen bremssattel standard zwei bremssattel standard zack einfach jetzt hier ja guck mal das geht sogar schneller ne bremssattel standard zweimal ok bremssattel haben wir wird dann nur noch eine bremsscheibe standard eine dann haben wir es bremsscheibe standard zack dankeschön so dann bauen wir die karte mal wieder zusammen Leute war eigentlich ziemlich easy der auftrag ich hätte jetzt eigentlich damit gerechnet aber wenn man wirklich weiß wie es geht ist es cool ne also das muss man wirklich sagen also ich mag es fertig dann auch hinten links ähm ach so Kevin du musst Montage anklicken eine neue wohl ganz mal dahin klicken auch eine neue hier 80% ist vollkommen ok das muss man hier nicht austauschen so fertig das war es ich kann jetzt noch einmal gucken bremsbelag wie ein bremsbelag ist noch im arsch oder mich jetzt fahr aber wo also da haben wir gewechselt Leute also jetzt muss ich nur noch den bremsbelag finden der im arsch ist man 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 kann so nicht prüfen man kann so nicht prüfen halt warte 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 ich habe da gerade was gesehen halt 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 da 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 hin so bitte da 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 das ist die Scheibe da sind sie deine rechte Maustaste das ist der Diagnosemodus gelb ok die sind gelb den haben wir gemacht dann kann es nur noch dieser hier sein oder na komm rot zustand 12 prozent alles klar und dann wird halt ich habe gar nicht wäre jetzt so schnell gewesen aber ja ich war überhaupt nicht schnell aber ganz schön rumgegimmt jetzt weiß ich aber wie es funktioniert man lernt jetzt jede Folge wirklich noch was dazu also da hinklicken Kevin voll und irgendwann das so ist dass wir sagen hey du musst selber zusehen wie du die Feder findest na gut hatten wir ja vorhin schon also das muss man ja auch mal sagen alles erledigt runter mit der Karre super sieht gut aus oder ja Öffiltern nichts verrostet alles alles ok Ah, ich bin hier der Roadmaster, so nennt man mich in der Internet. Ich bin hier der King of the Road. Oh Gott, zumindest im PS-Spiel. Letzte Woche haben mir die Autos gekauft, damit kann ich nun alle zeigen, was ich drauf, echte Straßen drauf, bla 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 bla. Oh Gott. Wechseln ins Motor, Öl und den Ölfilter aus, prüfen Sie Filter des Fahrzeugs und tauschen Sie aus, Ersatzteile ist so, okay. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit hier nur Öl reifen, 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 das ist ja langweilig, da haben wir ja gar keinen Bock drauf, ne? Erstmal Öl runterlassen und dann kommen wir schon klar. Äh, zack. Da haben wir das gute Stück, aber wie ist es unter dem Himmel? Mal ganz kurz hier was machen, Leute. Aber, ich bin da, ja? Ich bin da wie kein anderer. Ich find's voll gut, ich muss euch das ganz ehrlich sagen, ich find's gar nicht so schlecht. Äh, ich bin mal gespannt, ob man hier Leute noch einstellen kann oder so. Keine Ahnung. Man weiß ja nie. Zack, Öl ablassen. Das war's? Oh Gott. Ölfilter. Mal getauscht. Okay, dann brauchen wir für den Ölfilter. Ölfilter R4. Öl. Öl. Vier. Wollt, mal schön. Zack, 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 zack. Reinklicken, Montage. Jawohl. Haben wir. Ja, jetzt können wir einmal hier drumherum gucken. Das sieht gut aus, da sieht's gut aus, hier unten sieht alles gut aus. Verfindet man ja manchmal noch Sachen, die da gar nicht drauf stehen, aber was unbedingt gemacht werden muss. Das weiß ich ja nicht. Also, das können wir ja nicht wissen. Daher bin ich ziemlich gespannt, ob das alles so in Ordnung ist. So, natürlich Luftfilter. Erst einmal klicken, Kevin, wieder mit Schrauben. Luftfilter, B14 und Kraftstofffilter, okay. Luftfilter, Luft. B14, kaufen. Ne, scheiße, wie hieß denn der andere? Was jetzt? Muss ich gerade noch mal gucken, Leute, da bin ich mir gerade überhaupt nicht sicher. Äh, Kraftstofffilter, nicht Benzinfilter. Boah. Kraftstoff, Kevin. Kraft. Kraftfilter, Standard. Jawohl. Einen Scheiß jetzt hier. So. Rechte Maustaste, wieder montieren. Blup. Jawohl. So. Einmal da. Neuen. Jawohl. Hier die Kastin drauf. Jawohl. Eigentlich. Nur noch Öl rein. In die Kamer. Öl. Blup, 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 blup. Blup, 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 blup. Blup, 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 blup. Blup. Alles fertig. Alles rot. Zack. Deckel drauf, rausgehen, so, rausgehen, Dankeschön, Motorhaube zu, wie sieht es aus auf der Liste, alles erledigt, Liste auf Bagbenten, so, jetzt können wir erstmal wieder hier alles verkaufen, das was alt ist, weil, was soll man damit irgendwann eine Kiste gehalten, möchtest du die Kiste öffnen, dann Logo, Ja, Pack Opening, Moody, okay, Qualität plus 3, Qualität plus 1, bam, bam, und, Scheunenkarte, müssen wir ihn halt einsehen, was ist das, ja, geht's, Neune, es steht Kosten in Höhe von 100, möchtest du trotzdem fortfahren, nein, okay, wir können da dann wahrscheinlich uns ein Fahrzeug holen, was wir selber bauen, das ganze Problem ist, wo soll ich das Fahrzeug hinstellen, wir können dann ja gar keine neuen Aufträge annehmen, oder, Also daher, warten wir erstmal, ich sage damit erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, bis morgen, tschüss, eins machen wir noch, eins geht noch morgen,